Was geht Leute? Mein Name ist Henry Fox und heute spielen wir was ganz Besonderes, The Mask Maker. Ich bin ein großer Fan von Masken. Ich habe mir schon überlegt, hier die Kulisse ein bisschen maskenfreundlicher zu machen. Das ist schon was in Planung. Aber in VR Masken herzustellen und mit diesen wundersame, rätselhafte Welten zu besuchen, ist für mich ein Highlight. Und ich freue mich sehr und bin gespannt, was uns erwartet. Die Welt soll so gut sein wie bei Fisherman's Tale, was wir auch irgendwann mal ausprobieren werden. Aber für das Erste sollte das genügen. Nach dem kurzen Intro geht's los. The Mask Maker. Wir sind im Hauptmenü. Mir gefällt die Grafik jetzt schon. So ein chilliger Comic-Look. Ein paar Tests gemacht schon. Ich habe die Super Sampling auf 200. Natürlich wieder mit 45 FPS gecappt. Das müsste eigentlich funktionieren. Hoffe ich zumindest. Dann würde ich sagen, Einstellung, schon alles gemacht. Direkt zum Start. Das löschen wir mal. Dann machen wir ein neues Spiel. Bald wirst du in die Welt des Maskenmachers eintreten. Ein Ort voller Fantasie, Rätsel und viele Geheimnisse zu entdecken. Unsere Geschichte beginnt in einem fernen Lamm. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Ich bin mal gespannt. Ich habe große Erwartungen an das Spiel. Weil es einfach so toll aussieht und Masken. Ich bewege mich mit dem Stick. Wie gesagt, ich hoffe, die 200 passen. Sonst muss ich das wieder einstellen. Aber die Grafik ist halt schon nice. Wird mir leid. Ich spiel mit den Index-Control natürlich. Oh ja. Leerling gesucht. Handwerklich begabt. Fast und Logis. Fantasie benötigt. Der Lehrling verschreibt sich eine disziplinierten Lebensphilosophie. Boah, das Spiel gefällt mir richtig gut, Leute. Rund um die nur alten der Maskenmacher Borderlands lasse ich erstmal. Okay, nehme ich an. Und werde jetzt erstmal das spielen. Handwerklich begabt sind wir. Jetzt kommenden Mittwoch werde ich das euch, glaube ich, auch nochmal präsentieren. Gleich verdichtes Geld, würde ich sagen. Weil ich möchte die Zeit einfach nicht verschwenden. Und einfach im Feeling drin sein. Weil das Problem ist halt immer so der Halloween-Typ. Ich hoffe, Maskenladen. Ich glaube, hier sind wir richtig. Hör mir den Stick, um dich zu drehen. Brauchen wir dich, denn wir drehen uns wie immer in der realen Welt. Ich denke, wir gehen direkt zum Maskenladen. Aber ich werde wahrscheinlich jetzt momentan eh nichts finden. Obwohl es mich schon reizt, weiter zu laufen. Falls, ich weiß nicht, vielleicht ist hier irgendetwas. Oh, Rennen geht auch. Ich habe gerade mal so spaßeshalber mal geguckt, wie man, ob man vielleicht rennen könnte mit dem Stick. Und ja, es funktioniert. Das ist schon mal gut. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich so lange schleiche, so langsam schleiche, wie in ein anderes Spiel. Alex. Was mich tierisch genervt hat. Okay. Sehr. Uh. Geh es zurück. Auf das Schmollen! Hey hey hey! Vandalismus! Ruf gleich die Polizei! Alter! Nee, oder? Entschuldigen Sie, ich möchte ja nicht stören, aber ich hab das von außen... Ähm, äh... Ja... Nein, ein neues Gesicht, aber kennengelernt. Alles das Gleiche. Vielleicht kamen sie hier vorhin, um ihre Gesichter zu verändern. Ja, lange vor, als die Schmutzbälle noch rief. Alles weg. Ja. Wir sind so fragmentiert. Alles zusammen. Entschuldigen Sie, unsere Schmutz. Wir sind nicht an diese Schmutzung, aber Sie sind willkommen in der Schmutzbächer. Oha, ich liebe dieses... Oha, ich liebe dieses... Die Grafik ist mega nice. Also ich hab mich grad... Also ich denk mal, das liegt nicht nur an den 200, äh... Supersampling, dass die Kanten so schön glatt sind, sondern ich denk mal, das Spiel ist einfach richtig gut designt. Und ich denk auch ohne... Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch höher geben mit dem Supersampling. Das Spiel ist einfach richtig gut für VR-optimiert. Also, äh, kein Scheiß. Und, äh, puh... Also die Stimme, die Stimme hat's mir echt angetan. Erinnert mich an... Spiele wie, äh... Warframe. Dieses verzerrte... Und, naja, gut, ist ja auch bekannt, dieses... Dieses verzerrte Stimmen. Boah, ja, zuerst mal eine Rauchen. Pfff... Na, kein Tabak drin. Und was in der... In der Box. Dass man... Mit den Objekten interagieren kann, feiere ich sowieso. Aber ich kann leider keinen Schach spielen. Tut mir leid. Deswegen... Wenn ich jetzt nicht spielen kann, dann kann's niemand. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das, was... Diese ominösen Stimmen gesagt haben. Wir treten in die Welt... Ein... Und finden... Oder suchen zumindest... Die Maske des Masters. Oh, wahrscheinlich ist jetzt so ein kleines... Puzzle... Nein, doch nicht. Okay. Sie wissen, dass sie die Maske finden müssen? Probier das Miracle. Da... Schau. 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 Bitte kümmern Sie sich um ihn? Um mich? Return to the streets, pockets empty, or stay and learn the craft of masks. The boy saw his chance, the old man saw a clean slate, a pure heart, who could become a great mask maker. Interactive presents An airspace production The support of, co-founded by the Creative European Media Programme of the Unit European U-U-Union? Mask maker. No! The mirror has spoken. Still broken, not ready. Black Men One A One Two Two One Two Three One Das ist jetzt leicht. Nein. Du kannst schon wissen, dass es viel mehr zu diesem Shop gibt, das die Augen zu sehen ist. Explore. Find die geheimen Tür. Find die Riedel. Sie sind nicht bereit. Wir müssen uns vertrauen. Der Shop ist die Zeit. Ein Rätsel. Eine geheime Tür suchen. Okay. Fängt ja schon mal gut an. Ich liebe Rätsel, das wisst ihr. Aber ich krieg das hin. Ich bin so Flash von der Grafik, weil ich denke, ich hab vielleicht noch Headroom und könnte die Grafik noch höher stellen. Aber ich denke mir, warum? Sie sind nahe neben dem Workshop. Vielleicht können sie es fühlen. Können sie es fühlen? Was passiert hier? Will doch das sein, oder? Viereckkreis und... Keine Ahnung. Ja, ja, ich weiß schon. Viereck. Kreis. Und, äh... Ast. Aber der Ast war falsch rum, oder? Bin mir nicht sicher. I-Symbole. Kreis, senkrecht und Karo. Das hätt's ja auch sein können. Kreis. Senkrecht. Und Karo. Äh, Karo. Du hast es gefunden. Ein Maskmakers Workshop ist ein gefährliches Ort. Träge vorsichtig. Ich möchte dich durchraschen, um ehrlich zu sein. Ich möchte das alles wirklich genießen. Also, ich entschuldige mich jetzt schon, dass ich vielleicht alles ein bisschen langsamer mache. Okay. The Workshop, the last century of the Maskmakers' Art. Everything here is yours, if you can prove yourself worthy of it. But first, you must craft a mask. Nice. I'm a place for such powerful magic. Breathe it in. The paints, the paste, the wood. And, perhaps, you will be able to get rid of the mice. Oh, ich bin richtig geflasht, Leute. Ich... Vielleicht, du musst einen Plan finden, oder ein Design für deine Maske. Eine Blueprint. Das wird wahrscheinlich noch relevant sein für mich. Ein bisschen aufräumen hier. Ist vielleicht unterm Kissen... Nein. Hätte ja sein können, dass unterm Kissen was ist. Ich weiß, da ist der Entwurf. Das machen wir gleich. Ich... Ich will alles anfassen. Ich bin so ein haptischer Typ. Ich muss alles anfassen. Kann ich so eine Mischung machen? Ah. Okay. Okay. Geht's dir schon aus. Gibt's raus. Ich bin so ein bislang. Und ich bin so ein haptischer Typ. Und ich bin really wundern. Gibt's jetzt Segeln? Oh ja... Ich bin noch ein bisschen aufräum. Sie haben das Positiva in der Götter. Und ich bin jetzt zum anderen. Wahrscheinlich. Du benutzt diesen dummen Kopf für alle Muskeln, als du sie arbeitest. Brems. Wir kommen bald an das, nicht wahr? Wie gesagt, wir rushen nicht. Wir gucken uns das ganz genau an. Steen. Ja, von Mode habe ich jetzt nicht wirklich so Ahnung. Also, Mode-design technisch. Was ist das? Von dieser, du kannst einen Muskeln selbst. Mehr Materialien müssen bleiben. Ja, es wird nicht jetzt verändern. Aber um zu Ende, musst du die Blut in der Stühle, neben dem Wasser. Wir geben jetzt den Blueprint, keine Sorge. Da. Ein erstes Geruch von deinem neuen Macht. Jedes Blueprint, wie dieser, ermöglicht dir, eine neue Maske zu erzeugen. Du musst viele von ihnen kreieren, um die Kunst zu erzeugen. Gut. Okay. 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 Ich bin Künstler. Nicht nur fotografisch gesehen, sondern auch Bildhauer. Nein, bin ich nicht. Schön wär's. Ach, im nächsten Leben. Aber hier. Hier kann ich sein. Gut. Lass die Künstler dir guideen. Das Klingt. Es dauert zu lange. Ich weiß. Das ist... Man kann wirklich die kleinen Einsatzstücke wegmachen. Wahrscheinlich... Ich muss jetzt nicht wirklich die vormachen. Ich muss wahrscheinlich einfach nur den Kack da wegmachen. Oh, das haben die schön gemacht. Man hat echt das Gefühl, man macht etwas. Auch wenn man weiß, das ist ja schon vorgefertigt. Man muss eigentlich nur die Teile hier wegschlagen. Alles wegschlagen. Alle Überreste. Dass es dann den Anschein hat. Das macht Spaß. Das macht es. Anschein hat es sich in ihrer eigenen Bescheid, auf der Hauptbänen geschlagen. Der Maske der Islander. Für sie muss sie sein. Du musst ihn öppnen. Du musst die Isolation nicht überlegen. Da, mit der Verstaltungen, Schlauch, Schäuern und so weiter. Das eine Basse-Karving wird die Branche von vielen Masken. Und dann, ein bisschen von Masken, Ich liebe Rot. So ist ihr, ja? Okay, und jetzt wahrscheinlich... Okay, wir tukken. Wir setzen jetzt einfach rein. Es muss einfach nur Rot sein. Zählt dabei? Drei, zwei, eins. Wir müssen jetzt... Hear the sound of the waves. Ich komme mir vor wie bei, äh, die Maske. Mit, äh, mit, äh, Jim Carrey. Nur dass sie halt rot ist. Okay, wir tauchen ein. Wir machen's echt mega dramatisch. Wie bei die Maske. Okay. Let's fucking do this. Awake, awake. Das bin ich. Kurze Legge. Kurz Geläge, meine ich. Aber ist es okay? Für einmalig, um die, die Welt zu generieren. Ich habe keine Ahnung, was ich machen wollte. Ich wollte dem König Ehre erweisen. Yes, indeed. Ich bin ein bisschen mistig heute, aber das ist nicht so ungewöhnlich in der farben Feather-Island. Well, erstes Lass. Maske sind die Gateway zu diesem Ort. Wenn du das kröne, erste Mal aus deinem Gesicht ausführen, wirst du zurück in den Workshops. Versuch, die Maske jetzt ausführen. Und dann komm direkt zurück. Echt? Diesen ganzen Umstand jetzt nur deswegen? Oh Mann. Shh. Sie haben den König für jetzt müssen sie auf ihren eigenen gehen. Ich muss zurück. Tut mir leid. Gut. Da bist du. Das fühlt sich gut, eh? Oh ja. Du wirst frequent zurück in den Workshops um neue Maske zu machen, um durch meine Welt zu machen. Jetzt anwärts. Let's start our journey. Go to the bridge. I know it's misty, but I would never steer you wrong. Find your way to the broken bridge. Sweet. Ja, dann weiß ich halt nicht, wo ich das letzte Mal war. Und ich meine, das ist ja schon bei Fallout 4 wird das dann das Problem sein und bei Scurum genauso. Ja, ich weiß, ich soll zur Brücke. Ich will mir immer alles anschauen. Hallo. Oh. ooooh. Sorry. I admit these islands have a certain tumble-down charm. Left. Are you feeling watched? Do you see that figure on the next island over? Do not worry. My subjects will not hurt you. In fact, he wears the Der nächste Maske muss man mitnehmen. Man muss sich näher sehen. Hast du eine alte Spieglas in der Arbeit gesehen? Sie schauen nach Spieglas. Ja. Ja. Die Spieglas. Ein Geheimnis zu sehen und nicht sehen. Das ist ein wichtiges Werkzeug für ein Masker. Du hast mein Vertrauen in der Spieglas. Das ist nahe. Du brauchst es. Die Masker sehen viel mehr als sie zeigen. Gut. Ein Blick auf meine Spieglas in der anderen Seite. Oh Gott, das ist schwer. Ja. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe eine Maske. Das ist die Maske, du musst. Das ist die Maske. Ich habe es nicht mehr als die Maske. Eine Blueprint. Das ist eine Sight, ich habe nicht seitdem. Die Blueprint. Das ist dein Geheimnis für eine neue Maske. Und um dich zu erinnern, die verschiedenen Designen zu erinnern. Sie sehen, diese Maske hat das gleiche Maske als die Maske, aber mit zwei von diesen Blaspen-Basen-Basen. Seht ihr es? Hier. Du findest die Maske für deine Maske. Okay. Die Maske für die Maske ist ein wichtiges Teil eines Apprentices-Training. Ups. Wie gehe ich die jetzt wieder? Oh, Alex. Ja, äh. Warte. Ist sie vielleicht hier? Nein. Ach. Egal. Ja, ja. Alles gut. Okay. Wir brauchen also Muscheln, um diese Maske herzustellen. Wo findet man Muscheln? Natürlich. Eben Sand. Im Strand. Im Strand. Apropos Sand. Und letztes Mal wollte ich ja unbedingt Strand-Feeling. Und hier habe ich's. Diesen Strand-Feeling, was ich gesucht habe, habe ich jetzt endlich hier. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Ne, weiße. Wir brauchen weiße Muscheln. Die Musik ist fabelhaft. Passt einfach alles. Ich bin echt gespannt, was da noch kommt. Ob es auch düstere Momente gibt. Einfach andere Szenarien. Also ich bin eigentlich schon so gut wie sicher, dass sowas sein wird. Können wir springen? Teleportation gibt's. Aber springen Alexdal gibt es nicht. Ist auch nicht so schlimm. Ich bin dabei, meine, äh, eure Majestät. Der Sand. Der Sand. Ah, dieses Glitzern. Das ist so... ...rechtig schön. Wollen wir mal gucken, wo wir diese Muscheln jetzt finden. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie vielleicht irgendwo... ...hier rumliegen. Aber dem ist nicht so. Wir können ja jetzt nicht üben, welche Muscheln nehmen. Es müssen ja die gleichen Muscheln sein. Ne, warte mal. Die sind doch weiß. Kann ich die nicht einfach in weiß färben? Aber auf jeden Fall brauchen wir große Muscheln. Und das sind jetzt... Da ist jetzt zum Beispiel ein Lixel. Ja, ich bin ja schon. Ja, ich bin ja schon. Ja. Terrible. Terrible messy Business. Ach, da ist noch eins. Das haben wir gar nicht gesehen. Da sind die bestimmt, die zwei. Oder zumindest eins, weil dann würde ich jetzt einfach den anderen... Ja. Da haben wir doch. Ach so, nur einmal, okay. Ach so, nur einmal, okay. Du bist willkommen. Danke. Gut, dann wollen wir mal... So, wir haben hier... Die? Haben wir eigentlich ein Bild? Ne, oder? Wir müssen jetzt einfach... Versuchen... Hmm... Da! Eine neue Blueprint. Wie lange hat es nun die Blueprint schon? Die Basis hat mir bereits geschehen für dich... ... auf der Bühne, nahe der Blühle. Jetzt, kraft ein neues Mask, zu Beginn von einer flöten. Das erste wird nur umdurch, um zurück zu deinen ersten Ort. Sie erinnern, jede Maskin hat seine eigenen Zudem. Aber wie kriege ich das da dran? Komm, komm, sie haben eine Maske zu machen. Ah, ich habe eine neue Maske. Du brauchst die weißen Maske, die du gefunden hast, für die neue Maske. Das ist der Topf der Schande. Ja, okay. Das hat also gewisse Punkte. Wir nehmen das jetzt einfach so in die Hand. Nein. Man muss wirklich tatsächlich eine neue Maske nehmen. Habe ich jetzt nicht gedacht. Gibt es irgendwie etwas, wo ich die Maske dann... Ich weiß nicht. Also jetzt würde ich hier theoretisch nochmal rot färben. Und dann dran machen. Okay. Da du bist. Das war schnell. Ach, jetzt bin ich der andere, von der anderen Seite. Aha. Interessant. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwie... Ach, und da hast du an. Ja. Interessant. Ich meine, das hat irgendwie so einen rauen, äh... wie sagt man, rauen Geschmack. Dass man... Ich meine, es hat schon einen bitteren Nachgeschmack, heißt das, dass man quasi den Besitz des Anderen übernehmen kann, dadurch... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Leben diese Figuren nicht, dass man quasi dann ihr... Gegen ihren Willen dann, ähm... Oh, das ist eine Perle, die will ich haben. Gegen ihren Willen... Ja, ich habe schon eins gesehen, dass man halt gegen ihren Willen quasi die, ähm... Und Rolle übernimmt und das vielleicht irgendwie der Sinn und Zweck des Maskenmachers vielleicht war, oder... Keine Ahnung. Wäre schade, wenn es so wäre, aber irgendwie muss es ja was Dunkles haben in der Geschichte, oder dass vielleicht ein anderer Maskenmann vielleicht, äh... die Situation ausgenutzt hat, dadurch, dass er dann quasi den Besitz von Anderen übernehmen konnte. Wie er schon sagte, heutzutage ist es der einzige Weg, sich fortzubewegen, hört sich ein bisschen rau an. Da ist die nächste Maske. Okay, dann machen wir das. Können Sie sehen, was dieser Maske wehrt? Use die Spyglass-Kontrollen, um zu zoom in. Oh Gott. Ist ja irgendwie keine, keine ruhige Hand. Es hilft aber, wenn ich meinen Daumen drauf mache. Wir brauchen eine rote Muschel, die Perlen haben wir schon. Okay. Oh nein. Ja, mehr dran. Okay. Jetzt sehe ich sie auch, ja. Ja, ich merke's. Was gliedern ist. Okay. Oh. Hallo? Was ist das nett von dir? Aber die rote Muschel brauchen wir jetzt nicht, oder? Doch, ihr habt da eine rote Muschel gesehen. Es war doch die eine, die wir in dem Dingens hatten. Wenn ich jetzt die Maske abziehe... Was ist mit dem Leaver? Ein Stück der Maschinerie ist missing. So viel hat sich verloren. Mal war das alles gut verwendete Maschinerie. Du solltest es jetzt beitragen können. Er wusste, dass es nicht immer noch geblieben ist. Das Schmerz-Pieße sollte in der Werkstatt sein, Samai. Ja, ich weiß Mach mal beim nächsten Mal Ich bin gespannt Ja, ich bin sehr gespannt Abzuatmet Wow Leute, The Maskmaker Das hat mich jetzt schon richtig geflasht Obwohl es der erste Anfang ist Gefällt mir die Mechanics Mit dem Masken bauen und kopieren Und ich kann mir gut vorstellen Das wird ein rätselhaftes Spiel Wo man zwischen den Untertanen, wie das der König ja so nennt Wechseln muss Und ich freue mich, die verschiedenen Welten Zu erleben und ich kann Ich habe das jetzt schon im Hinterkopf Was für Welten wir Erkunden werden und ich freue mich einfach Ich hoffe, ihr freut euch auch Und seid beim nächsten Mal wieder dabei Wenn wir dann The Maskmaker weiterspielen In diesem Sinne Euer Anerb Fox Ciao Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs Und wechseln Danke